Kapitel 111 Familie Malfoy Lucius stolperte mehr aus dem Kamin, als dass er stieg. Das passierte ihm seit der Geburt der Drillinge immer wieder. Als Draco auf die Welt kam, war es nicht anders. Eine Hauselfe wartete bereits auf ihn und nahm ihm den Umhang und die Straßenschuhe ab. »Die Lady ist im Kinderzimmer«, berichtete das kleine Wesen diensteifrig. »Danke, Tinky«, kam es vom Hausherrn. Und schon schritt er eilig in besagtes Zimmer. Aus einem bequemen Sessel blickte ihm seine Frau entgegen. Sie hatte Serena auf dem Arm und fütterte sie gerade. »Hey, Luz, dich schicken tausend Götter«, meinte die Frau erschöpft. Lucius ging zu Narcissa und gab ihr einen leichten Kuss auf die Stirn. »Guten Tag, meine Liebe, wen soll ich nehmen?« »Apraxas, der Kleine hat heute zwei Mahlzeiten verschlafen, er wird also sehr hungrig sein.« Lucius nickte und hob seinen Sohn aus dem Bettchen. Er ließ sich gegenüber seiner Frau nieder und öffnete sein Hemd. Etwas skeptisch blickte er auf seine Brust. »Die schwellen immer an, wenn die Kleinen Hunger haben.« Narcissa lachte. »Natürlich, sonst könnten sie die Brustwarzen ja auch nicht in den Mund nehmen«, erklärte sie ihm. »Ich rede nicht von den Brustwarzen. Meine Brust an sich schwillt an. Langsam muss ich wohl über ein BH nachdenken«, knurrte ihr Mann. Narcissa prustete bei dieser Vorstellung los. »Auch das ist nur zu verständlich. Immerhin schießt dir Milch ein. Wenigstens rennst du nicht ständig mit so einem großen Busen herum. Wiehe, der geht nach dem Stillen nicht zurück.« Der Politiker hatte seinen Sohn an die Brust gelegt und blickte seine Frau aufmerksam an. »Ich hätte nichts dagegen, wenn die so bleiben«, meinte er dann. »Soll das heißen, meine vorherige Figur hat dir nicht gefallen?«, stichelte Narcissa. »Doch, ich wollte nur sagen, dass ich auch nichts gegen dein jetziges Aussehen einzuwenden habe.« Die Unternehmerin lachte gequält. »Das würdest du nicht sagen, wenn du solche Rückenschmerzen hättest wie ich. Die Dinger sind schwer.« »Ich bin mir sicher, es vergeht wieder.« »Au, hey, nicht so fest«, schimpfte Lucius mit seinem Sohn. Narcissa lachte. »Ich hab dich vorgewarnt, er hat Hunger.« »Ach was, er ist gierig, das ist alles.« »Au, bist du dir sicher, dass er noch keine Zähne hat?« wollte ihr Mann mit schmerzverzogenem Gesicht wissen. »Wieder«, lachte die Hausherrin. In der Zwischenzeit hatte Serena ihre Mahlzeit beendet, auch ein Bäuerchen hatte sie gemacht. Nun hatte die Mutter Sanna an die Brust gelegt. Lucius musste Abraxas noch seine zweite anbieten. Der Kleine hatte immer noch nicht genug. »Es ist schon interessant«, murmelte Lucius mit Blick auf seinen Sohn. »Was meinst du?«, wollte seine Frau neugierig wissen. »Das mit der Milch. Irgendwie weiß mein Körper, wann ich dir helfen muss und wann nicht. Die Milch schießt nur ein, wenn alle drei Hunger haben, oder aber wenn du schläfst und ich wach bin.« »Hm, stimmt, das ist interessant.« »Ach, Lucius?« »Ja?« »Zieh doch bitte dein Hemd ganz aus.« »Warum denn das?« »Weil Säuglinge und kleine Kinder sehr gerne nackte Haut haben, es beruhigt sie.« Nun erhellten sich die Gesichtszüge des Mannes. »Ist das der Grund, warum du mit nacktem Oberkörper hier herumsitzt?« Narzissa kicherte. »Und ich dachte schon, es wäre dir gar nicht aufgefallen.« »Also wirklich, natürlich fällt es mir auf, wenn meine wunderschöne Frau halbnackt vor mir sitzt.« »Schmeichler, ich sage nur die Wahrheit.« Lucius kam der Aufforderung seiner Gemahle nach und entledigte sich seines Hemdes nun vollständig. Und es schien tatsächlich einen Unterschied zu machen. Abraxas schmiegte sich deutlich näher an seinen Vater und er trank auch nicht mehr so gierig. Der Mann konnte nicht anders als glücklich zu lächeln. »Du siehst sexy aus, wenn du so stillst.« Sofort fuhr der Kopf des Blonden hoch. »Bitte? Machst du dich über mich lustig?« »Nein, durchaus nicht«, meinte die Frau. »Du siehst sexy aus.« »Du auch, meine Schöne«, gab Lucius das Kompliment zurück. So saßen die beiden da und fütterten ihre Kinder. Nach dem Bäuerchen meinten alle drei, sich erleichtern zu müssen. Lucius seufzte. »Manchmal denke ich, sie machen das mit Absicht.« Narzissa kicherte wieder. »Das ist durchaus möglich. Immerhin sind sie Drillinge. Sie haben einen ähnlichen Rhythmus. Komm, machen wir sie sauber, dann können wir sie auch gleich baden. Das macht sie immer so schön müde.« Lucius stimmte zu. Schnell waren die Kinder gereinigt und planschten nun in der Badewanne. »Sie entwickeln sich schnell. Ich meine, Draco konnte in dieser kurzen Zeit noch nicht selbstständig den Kopf heben.« Narzissa nickte. »Ja, Devin ist auch ganz aus dem Häuschen.« »Na toll, jetzt fange ich auch schon an mit diesen Sprichwörtern.« Ihr Mann lachte. »Hoffentlich dauert es nicht mehr so lange, bis sie selber sitzen können. Es ist etwas anstrengend, drei Kinder gleichzeitig zu baden.« Stöhnte er dann. »Dem Mann taten die Armen weh.« »Ich hoffe allerdings, dass sie sich nicht zu schnell entwickeln. Sonst müssen wir ihnen bereits in zwei Jahren Schulsachen kaufen.« grummelte Narzissa. »Oh, das hoffe ich auch nicht.« Lucius blickte auf seine drei Schätze runter. »Habt ihr gehört, werdet bloß nicht zu schnell groß.« Wie zur Antwort griff sich Serena eine Haarstähne ihres Papas und zog kräftig daran. »Das war eindeutig,« schmunzelte Narzissa. Nach dem Baden steckten sie die Kinder in Windeln und Schlafanzüge und trugen sie zurück ins Bettchen. Die drei hielten absolut nichts davon, getrennt zu schlafen. Wehe, man versuche sie in einzelne Bettchen unterzubringen. Dann brüllten sie das ganze Männer zusammen. Hinter ihnen hörten sie ein leises, knackendes Geräusch. Weder Narzissa noch Lucius mussten sich umdrehen, um zu wissen, wer da eben erschienen war. »Hallo, Trulla«, begrüßte Narzissa ihre Nanny-Elfe. »Guten Tag, my Lords. Das Essen steht für Sie bereit.« Lucius drehte sich verwirrt um. »Essen?« Die Hauselfe lächelte ihren Dienstgeber freundlich an. »Ja, es ist wichtig, dass sie bei Kräften bleiben. Sie ernähren schließlich ihre Kinder mit einem Stoff, den ihr Körper produziert.« Der Politiker blickte seine Frau sprachlos an. Diese lachte. »Ja, so sind sie. Immer, wenn ich mich um die Kleinen gekümmert habe, steht auch schon Essen für mich bereit. Es stimmt aber. Wenn wir nicht auf unsere Gesundheit achten, dann schadet das unseren Kleinen.« Lucius nickte verstehend. Dann wandte er sich wieder an die Elfe. »Würdest du bitte auf die Babys achten?« Trulla sah ihn an, als hätte er sie gerade zutiefst beleidigt. »Natürlich«, kam die etwas verhaltene Antwort. »Ich wollte sicher nicht an deiner Hingabe zweifeln. Ich dachte nur, es wäre nett zu fragen.« Dann kam es fast schon kleinlaut von dem Politiker zurück. Nun erhellten sich die Gesichtszüge der Elfe wieder. »Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ja, ich werde mich gerne um Ihre Schätze kümmern. Genießen Sie das Essen und ruhen Sie sich aus.« »Danke, meine Liebe. Komm los, ziehen wir uns was an und gehen dann runter. Wenn wir die Elfen zu lange warten lassen, dann kommen sie uns holen.« Damit ging Narcissa in ihr angrenzendes Schlafzimmer. Erst jetzt bemerkte Lucius, dass er oben ohne dastand. Augenblicklich wurde er verlegen und blickte verstohlen zu Trulla rüber. Die kicherte. »Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Ich habe My Lady gesagt, dass Kinder Hautkontakt brauchen und lieben.« »Ich habe Euch wohl immer unterschätzt,« kam es leise von dem stolzen Aristokraten. Die Hauselfe nickte. »Das tun die meisten Zauberer.« »Ja, das habe ich am Beispiel von Dobby bemerkt. Danke für deine Hilfe.« Damit folgte er seiner Frau. Trulla blickte ihren Herrschaften noch einige Zeit nach. »Ja, der gute Dobby. Er war ein außergewöhnlicher Hauself. Einer, mit dem alle Elfen der Malfoys immer noch Kontakt hielten. Darum wusste die Nanny auch, dass es vermutlich diesem jungen Vampirkater zu verdanken war, dass ihr Herr sich so geändert hatte. Oder aber, der Mann brauchte nur ein wenig Anleitung. Was auch immer es war, Trulla war mit dem Ergebnis sehr glücklich. Zufrieden richtete die Elfe ihre Aufmerksamkeit wieder auf die drei Engel, die da so unschuldig schliefen. Lucius blickte mit großen Augen auf die zubereiteten Speisen. »Also verhungern werden wir sicher nicht,« stellte er fest. »Nein, dafür werden unsere Hausgeister schon sorgen. Du weißt doch, wie sehr auch sie unsere Kinder lieben.« »Ja, natürlich. Ob es wohl möglich wäre, frisches Brot zu bekommen?« Narcissa schüttelte entschieden den Kopf. »Nur wenn du willst, dass die kleinen Blähungen bekommen. Vergiss nicht, alles, was du isst, hat Auswirkungen auf deine Milch. Halt dich bloß von Zitrusfrüchten fern.« Lucius blickte etwas unglücklich aus der Wäsche. »Das vergesse ich immer wieder. Ich sollte mir die Liste noch einmal durchlesen. Nicht, dass ich etwas esse, was ich definitiv nicht sollte.« »Gute Idee.« Während des Essens erinnerte sich Lucius wieder an das Gespräch mit Sirius. »Hast du Harry und Severus einen Brief geschickt?« Narcissa blickte ihren Mann betont unschuldig an. »Natürlich, das mache ich öfter.« »Du weißt, was ich meine. Wissen Sie, wer unsere Kinder füttert?« »Selbstverständlich«, lächelte die Frau dann. »Ich habe es befürchtet. Severus wird sich nicht mehr einkriegen vor Lachen, von Harry ganz zu schweigen.« »So schlimm ist das auch nicht.« »Sag das mal meinen abgenagten Brustwarzen. Ich bleibe dabei. Die haben auch Harrys Fangzähne geerbt. Sie verstecken sie einfach nur vor uns.« Narcissa brach bei den Worten ihres Mannes in schallendes Gelächter aus. »Ach, mein armer Schatz, ich werde dir danach deine empfindlichen Stellen mit Creme behandeln.« »Hoffentlich nicht alle meine empfindlichen Stellen«, murmelte Lucius. Auch bei diesen Worten musste Narcissa wieder lachen. Sie liebte ihren Mann. Und seit der Geburt der Drillinge verstärkte sich dieses Gefühl von Tag zu Tag. »Wie war es im Ministerium?« wechselte sie dann das Thema. Seufzend berichtete Lucius von seinem Treffen mit dem Minister. Narcissa hörte aufmerksam zu. Entgegen Lucius' Annahme lachte seine Frau allerdings nicht. Ich hätte nie gedacht, dass Sirius so einen starken Wunsch nach einer Familie haben könnte. Aber eigentlich nur zu verständlich. Er wurde von seiner eigenen Mutter aus dem Stammbaum gesprengt. Und er war für lange Zeit unschuldig gefangen. Ohne jeglichen menschlichen Kontakt. Von den Wärtern mal abgesehen. Hoffentlich findet Severus eine Lösung für meinen Cousin und seinen Wolf. Lucius war sehr nachdenklich geworden. Aus diesem Blickwinkel hatte er das alles nie betrachtet. Wenn man aber darüber nachdachte, hatte seine Frau absolut recht. Bewundernd blickte der blonde Mann über den Tisch. »Du bist eine unglaubliche Frau, Narcissa Malfoy, weißt du das? Ich bin ein glücklicher Mann, so eine Frau wie dich zu haben.« Narcissa wurde leicht rot. Sie lächelte ihn kokett an. »Das geht mir mit dir genauso. Ich hoffe, dir ist klar, dass ich dich nie wieder hergeben werde.« Ich habe gehofft, dass du das sagen würdest. Lucius nahm die Hand seiner Frau und hauchte einen Kuss darauf. Als sie später im Badezimmer standen und sich für die Nacht fertig machten, kam Narcissa mit der Creme auf ihrem Mann zu. »Dann zeig mir mal deine Brust.« Gehorsam zog sich Lucius das Hemd aus und ließ seine Frau machen. Diese verteilte eine großzügige Menge der Salbe auf ihrem Mann. Zum Glück zog die Paste schnell ein. Lucius ließ die Prozedur mit geschlossenen Augen über sich ergehen. Es zog am Anfang ein wenig, aber dann tat es einfach nur noch gut. Plötzlich keuchte er laut auf, er öffnete die Augen und blickte nach unten. »Narzissa, was machst du da?«, wollte er wissen. Die Dame blickte ihn frech an. »Wonach sieht es denn aus?« Dann nahm sie die Brustwarze ihres Mannes wieder in den Mund und begann daran zu saugen. »Merlin, denkst du wirklich, wir sollten das tun?« »Warum nicht? Was spricht dagegen?« »Troller ist bei den Kleinen, und solange uns nicht die Milch einschießt, haben wir frei.« Lucius fiel es immer schwerer zu sprechen. Das lag vermutlich auch daran, dass Narzissas Hand sich an einer ganz bestimmten Stelle seines Körpers befand. Und genau dahin machte sich jetzt ein Großteil seines Blutes auf den Weg. »Bitte, wir sollten das nicht tun. Du hast dich gerade von der Geburt erholt. Wenn wir nicht aufpassen, dann reißt alles wieder auf.« Sofort war die Hand von Lucius' Mitte verschwunden. Dafür griff sich Narzissas nun mit beiden Händen einige Haarsträhnen ihres Mannes. Sie zog ihn daran sehr nahe zu sich herab. »Lucius Abraxas Malfoy. Ich bin dort unten wieder völlig geheilt, das hat auch Devin gesagt. Also komme jetzt bloß nicht mit solchen Lahm ausreden. Du weißt ganz genau, dass die Heilung dieses Mal wesentlich schneller ging. Wenn du dich weiterhin weigerst, mit mir zu schlafen, dann hexe ich die lila Strähnchen in die Haare. Und nicht nur die auf deinem Kopf.« Lucius machte große Augen. So hatte er seine Frau schon lange nicht mehr erlebt. Und ihm war auch bewusst, dass Narzissas ernst meinte. »Das würde schrecklich aussehen«, mummelte er. »Allerdings«, konterte seine Frau unversöhnlich. »Es war mittlerweile November, und vier Monate ohne Sex waren definitiv zu lang.« Lucius hob seine Frau hoch. »Wenn du dir sicher bist«, »ganz sicher«, bestätigte die Blonde, »dann ist mir dein Wunsch Befehl.« Damit trug Lucius seine Angebetete ins Schlafzimmer. Wild nach Atem ringend lagen die beiden nebeneinander. Es dauerte, bis sie wieder normal atmen konnten. »Ich bin so froh, dass man so kurz nach einer Entbindung nicht wieder schwanger werden kann. Sonst würde ich jede Wette eingehen, dass wir Erfolg gehabt hatten.« Lucius lachte. »Wenn wir so weitermachen, können wir es bald mit Molly und Arthur aufnehmen.« Nun grinste auch Narzissas. »Das wäre es doch. Aber schaffst du noch weitere drei Kinder?« Wollte sie herausfordernd wissen. »Warum denn drei? Ich dachte eher an vier oder fünf«, kam es amüsiert zurück. »Sobald wir Riddle los sind«, bestimmte Narzissa. Lucius nickte. »Das ist dein Plan. Schlaf, meine Liebe. Die Kleinen werden bald wieder Hunger haben.« Ein letztes Mal küssten sie sich noch, dann gaben sie sich ihrer Müdigkeit hin. »Das ist dein Plan. »König. «